BANG! 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 Ich muss mit dem Spiel wieder abknauen. Ja, super und ich muss hinterher rennen. Alter, ne. Fette Regenschirm. Ja, sa- 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 man nicht genannt. Oh, ne. Alter. Alter. Hey, hör auf mich shooten, ne. Ich bin jetzt im Polizeiauto. Alter, alter. Hey, Tank! Gib doch Gas! Genau, Samuel. Nach dem letzten Reifenplatz. Wie schneller als ich. Hallo. So, ich versuch's. Wo ist der denn? Ist da vorne? Ja, achten, Samuel. Alter. Alter. Alter! Nicht auf mich schießen! Ja, ich schieße nicht. Das ist halt nicht der Pias. Baco. Brauch ich wieder ein Auto. Ey, ich ne jemanden. Hör auf zu schießen, Pias, ey. So ein verpackter Mongo. Läuf. Samuel, hallo. Hallo. Ok. Kotz auf, um Unterbrecherung zu checken. Ich konnte nicht anders. Ja, keine Ahnung wieso. Samuel war kurz weg. Du warst bei mir kurz weg. Ja, wie schon gesagt, du warst auch bei mir weg. Ok. Ok, ich muss den Auftrag verlassen. Du musst mich annehmen. Ja, jetzt kannst du das Spiel ansteigen. So, jetzt machen wir mal kurz. Aufträge, Lerncomputer. Warte noch. Ich bin noch gar nicht drin. Da war ja nicht so lang. Oh, ich bin jetzt im alten Gammigen produziert. Ich, ich muss mal ein Auto nehmen. Ich geh auch gerade raus, oder versuch's, wenn jetzt. Ja, jetzt kann ich den Auftrag starten. Äh, warte, sorry. Ich hab den Neuron. Ich hab den Neuron. Ich hab gerade einen Rollerfahrer. Der arme Rollerfahrer. Der arme Rollerfahrer. Der arme Rollerfahrer. Samuel ist wohl der Rollerfahrer. Oh, what the fuck. Ok, da bin ich halt in die Luft geflogen. Ah, fuck. Ja, genau. Stackwagen erstmal auf den Sport fahren. So macht man das. Jo, Auto. Fahrer. Ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Schreib, password. Oh, fuck, mein Auto brennt. Fuck it. O-O-M-I-O-W-Stunden-Kowelex. Kann ich dir gar nicht beschreiben. Ah, ja gut, ich hab ich das dergesehenanzeige… Ichase. Ah, ich seh dich. Dich. Irm! die wir mit einem gleich selber tun Prozent einsteigen 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 verkackte Hör ich bin ein und ich bin auch gleich tot bist du denn da unter dem Haus ich wollte ins Auto einsteigen aber ich bin tot aber erst mal noch alle geblendet Schäfer okay diesmal gehen wir bisschen koordiniert ja ich bin mal ein bisschen klug noch mal einen Auftrag annehmen oh da ist ein geiles Auto, geiles Auto, ich sehe ein geiles Auto, ich sehe ein geiles Auto okay, warte mal Samuel, ich stecke hier Vortex, das Auto ist ein Vortex steig ein ja wie so ein, wie so ein, ähm, Corvette nein, nein, eine Corvette-Junde guck mal sooo, fahr nochmal das Ding ist geil was machst du? der fährt Rückfahrt sogar so schneller als manche Autos vorwärts naa das Ding ist geil äh da muss ich erst lernen zu fahren ja, dann muss ich so gut wie das hier zu fahren ne, das liegt kaum nicht daran es liegt nur daran, dass ich, äh das Auto voll schneller, schneller als alles was ich jetzt gefahren bin ach jetzt doch deswegen, naja ok, was schießt du auf dir? das ist doch jetzt ok, da bin ich jetzt gegen irgendwas gefahren, das ist explodiert ok, da bin ich jetzt gegen irgendwas gefahren, das ist explodiert ok, da bin ich jetzt gegen irgendwas gefahren, das ist explodiert ok, äh, kannst du GSC, Abstimmung zum Überspringen genau wo ist mein Auto, wo ist mein Auto, steht es da noch irgendwo? ah, da steht ja oh, halt, ne mal Piers, lol ich werde erst Piers mal mega weit gesprungen ich hab doch gerade gar nichts gemacht, alter was? ich hab gerade, Piers hat gerannt und dann habe ich auf den einen von meinen Leuten als Geisel genommen obwohl ich eigentlich nur das Auto einstecke ja Piers, auf zu ballern Piers, wir hurryn Piers, wir hurryn Piers, wir hurryn hurryn, tu Piers, wir müssen es ja ich bin jetzt auf 2.000 200 oder ok, jetzt stehe ich hinter den Mauer ok, jetzt stehe ich hinter den Mauer okay Ja Kinsey, this time you have the saints behind you. Okay... Kinsey is a little high strung, don't you think? Perhaps a little. She may be eccentric, but at least she is safe. So, we have to get her first off. And I burn. Okay. Why do I just burn right now? I run already. But that doesn't mean they will enjoy the end of it. Do you have no car anymore? No. Oh, I'm just kidding. Oh, I'm just kidding. 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 Now I can have 25% longer run. Oh, I'm just kidding. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Da brennt was. My name is. Come. Come. But you can still have a bit of fun with me. Ohhhhhhhh. Ohhhhhhh. 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 I hate fetching? Ohhhhhhh. 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 I put it on top of me. Would the中共 be in charge of stepping down this way? Ohhhhhhh. Have you reopened? Oh, no. Oh, no. What's wrong? Alter! Alter! Ja, ja, ja! Get a job! So, wie hat's jetzt? Ach du hast schon geschafft. Ja, ich hab die alle weg gemacht. Jetzt darfst du fahren. Endlich. Ich hab zuerst E gedrückt. Ja, ja, ja. Ich brauch ein bisschen. Bin drin! Ich schieße ja nicht auf den Panzer. Oder halt auf den, ähm... Ja, ich sag doch! Ich decke uns hin! Ich decke uns hin! Es geht bei mir nicht. Ja. Oh nein! Die Stag-Auto ist halt ein wenig aus. Als so ein gammeliges Polizei-Auto. Nein! Ist gut, nein. Hab ich doch nicht. Doch hast du. Aber ja daneben. Ja eben, aber ganz knapp, Junge. genau ich habe 32 22 und ich doch ein prozent nein ich habe sie selbst Elektro geschockt Tag da morgen so du kannst mich nicht treffen warum nicht also ohne Witz nachdem ich auf die beitähnliche MPS gespielt habe ich nicht unbedingt auf den Austaus gehen hab dich erwischt das ist lustig was ist lustig was machst du okay ich würde sagen jetzt beenden wir die Aufnahme ich habe gerade noch ein Leidebildschirm okay kommen wir mal zusammen okay aber du schießt nicht auf mich nein ich schieß nicht vielleicht ja ich schwör leide nach schade schade ich erwischt ja okay dann mal ciao neu warte ich bin ich bin ich bin ich bin jeder nimmt seine Faust in die Hand nicht das die Faust du hast du hast gesagt ja nur seine Faust warte mal kurz jetzt komm stell dich mal zu mir was machst du da was machst du da ja 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 jetzt komm mal näher Junge noch näher oder wie hä besteh ich nicht au okay also ciao bis übermorgen mit übermorgen heißt ja die Mesteraufnahme tschau tschau und viel spaß beim zugucken der anderen Videos und zum abonnieren und beim liken ja schau aber